so ladies and gentlemen liebe gaming freunde herzlich willkommen hier bei johnny and friends gaming dahinten läuft sheriff woody rum wir spielen mal wieder hier ein bisschen mein aktuell liebstes spiel hier disney dreamlight rally und wir haben hier stand auf dem böse meter ansehen sondern gehen wir mal hier hin und versuchen mal was rauszufinden wie man diese donald schilder macht mal ganz ehrlich ich weiß jetzt nicht welche materialien wir dazu brauchen ein bisschen hartholz ein schild und weichholz das geht ach gott ich hätte gleich zwei machen sollen wir brauchen jetzt weiner ja ich sehe das wenn man hätte ich was war nicht immer total blind so jetzt müssen wir natürlich wieder suchen das ist mit shop hammer passiert hier machen wir noch eins ein donald schild zeige stitch die reparierten bilder aha das ist interessant in manchen quest geht jetzt der hauptdarsteller schon immer gleich mit da muss man nicht immer suchen möchtest du dies weitergeben ja ich bin mal gespannt was der jetzt da draus macht kann stitch jetzt jetzt schild reparieren ich denke du bist bereit lass uns loslegen die schilder rund um die friedliche wiese aufstellen das sollte donald zeigen dass du ihn respektieren kannst Okay. Oh, wie süß. Drei Schilder, ja komm. Stelle die Donald-Schilder auf der friedlichen Wiese auf. Ja komm, machen wir das mal. Da ist er ja schon. Er angelt friedlich, lassen wir ihn friedlich angeln. So. In letzter Zeit gibt es wieder einen Haufen Kisten. Jetzt muss ich direkt mal gucken. Die Aufgaben sind ja nur nicht freigeschalten, die Events. Ne, heute ist der 12. Februar 2022, 2023. Ja, dann stellen wir wieder eins hier auf. Heute ist der 12. Februar 2023. Es ist jetzt 11 Uhr und 6 Minuten. So, stellen wir mal hier eins auf. Dann stellen wir mal eins hier auf. Bisschen kleiner wie das andere, oder? Okay. Oh, Junge, das ist das Beste. Geil. So, dann stellen wir wieder eins hier auf. Das ist ein schöner Quest. Gefällt mir sehr gut. Dann stellen wir das da auf. So, das ist halt, dass niemand, dass nichts hängen bleibt, ne? Das kann er hängen bleibt hier, wenn die vorbeilaufen. Lass mal sehen. Ich will mal sehen, wie das ausschaut. Der ist ja richtig künstlerisch begabt. Ich glaube, die Bilder sind ein bisschen kleiner wie die anderen. Na, ist egal. Und das letzte. Oh Gott, Stitch ist so gut. So. Hi Buzz Lightyear. What are you doing? You welcome. Ich stelle mal wieder da her. Sehr schön. Wunderbar. Ach Gott. Wir haben Schilder repariert und wieder aufgestellt. Ist Stitch-Bösometer jetzt niedrig? Noch nicht. Du musst dich noch bei Donald entschuldigen. Entschuldigungen lassen deinen Bösometer sehr schnell sinken. Willst du, dass Stitch entschuldigt? Stitch sehr schlechter Entschuldiger. Ich finde diese konsequente Art von ihm ist schon fast wie so kindisch. Aber sehr schön gemacht. Das macht nichts. Wenn es ernst gemeint ist, ist es ganz leicht, sich zu entschuldigen. Das Wichtigste ist, dass es vom Herzen kommt. Okitaka. Wir finden Donald und ich mich entschuldigen. Ach, er muss sich doch da nicht entschuldigen. Schon mal wieder laufen können? Nicht du schon wieder. Na ja, Donald ist doch eigentlich das Problem. Was für einen Streich wirst du mir dieses Mal spielen? Weil ganz ehrlich, Stitch ist ja so kindlich rein. Weil Entschuldigung, er meint es ja nicht ernst oder verletzend. Jetzt bin ich mir sicher, dass du mir ein Streich spielst. Ich bin zu schlau, um drauf reinzufallen. Nein, nein. Kein Streich. Nils hilft Stitch, Schilder zu reparieren und sich zu entschuldigen. Es tut mir leid. Von Stitch, Herzens Tiefe, genau wie Nils sagen. Oh, wie cool dich. Aber Donald ist intelligent. Dann, ach, ich schätze, ich verzeihe dir fürs Erste. Aber ich werde dich im Auge behalten. Das ist so typisch, na. Als solltest du lieber aufpassen. Ja, Stitch kommt spielen. Der braucht einen richtigen Kameraden. Spielen kann er, ne? Hallo. Hi. Donald mag Entschuldigung von Stitch. Der. Oder. Du hast gute Arbeit geleistet. Aha. Haltestand von Persometer positiv. Spiele Donald nur manchmal Streich. Ja, Stand auf Persometer ansehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Das ist Schild. Und jetzt? Wo geht dann hin? Er setzt sich. Oh, guck mal. Ups. Die könnten mal durchprogrammieren, dass die Leute oder die entsprechenden Personen einfach länger sitzen bleiben. Jetzt haben wir gar nichts mehr. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt haben wir keine Aufgaben mehr. Warum ist das gesperrt? Das verstehe ich nicht. Oh, guten Morgen. Guten Morgen, Ariel. Ja, das war's. Ich kann den letzten Quest nicht weitermachen. Der will spielen. Vielleicht muss ich jetzt ein paar Tage warten, bis dann der neue Quest kommt. Ich weiß es nicht. Okay. Ich werde dann jetzt ein bisschen die nächsten Tage mal warten, was passiert. Und in der Zwischenzeit werde ich dann mal gucken. Äpfel isst der auch keine, oder? Nein, die essen wirklich nur Karotten. Wo ist er? Wo ist er? Was ist denn da weg? Du, ich habe noch eine Karotte für dich. Du, ich habe noch eine Karotte für dich. Falls du dich... Okay, ich bin jetzt ein bisschen buy and large. BNL. Das war die Firma. Hm. Von Wall-E. Okay. Dann bin ich fertig mit meinem ganzen Spielen hier. Ich kann hexens noch mal versuchen mit Stitch zu reden, aber das würde ja angezeigt werden. Mein Name. Nein, nichts mehr. Spiele weiter, um weitere Missionen freizuschalten. Das heißt, ich muss hier einfach warten. Nils hilft Stitch, Stunt auf Bösometer zu überprüfen. Also habe ich das mit dem Bösometer habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ist das irgendwas gewesen, was ich verpasst habe? Ja, ich habe Gutes und Böses. Aber wie viel heute? Nenne einen Ort, an dem Stitch sein könnte. Was? Du bist am Strand. Hier, Strand. Sonnencreme auftragen und tanzen. Stitch kann nicht schwimmen. Was? Du holst dir Eiscreme. Ah, genau. Ich wollte noch, ich könnte eigentlich die Stadt mal ein bisschen verbessern. Ich wollte noch so Stände aufstellen und so weiter. Oh, warte, ruhig. Und iss nicht das ganze Eis und nimm Schokolade mit bunten Streuseln. Ja, Schokolade mit bunten. Streusel. Wie er davon flitzt. So, komm Wally. Ja, das war's. Jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir warten. Also hier bin ich jetzt am liebsten. Hier ist es so schön sonnig. So, ladies and gentlemen, danke, dass ihr da wart. Lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Lasst ein Abo da, wenn ihr wollt. Und guckt gerne in die Playlist hier auf Johnny and Friends Gaming hier auf YouTube. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Stachelbeer, ne? Ja, in den nächsten Videos. Bis dann, euer Nils. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.